Das war doch das, was sich Kai so aufgeregt hat. Der Junge fährt ohne Handschuhe. Er ist wie Joe, man. Jeden Faust geben immer. Dann fahren Sie bitte weiter. Also vorhin war es hier noch heller. Es war dunkel geworden ey. Ich habe auch diese scheiß Gläser drauf. Die sind halt eher für so sonnige Tage. Das ist richtig scheiße. Aber bevor ich Matze in die Fresse krieg. Dann fahren Sie bitte weiter. Oh Gott. Das war doch das, was sich Kai so aufgeregt hat. Er hat ein Downhill Bike und ist langsam. Ist aber voll gut zu fahren. Bei dem Wetter ist das top hier zu fahren. Du rutsst zwar rum, aber was macht eigentlich Bock? Hat es mit dem Heck auch rumgerutscht? Es geht. Im Anleger wie meins halt. Ja, aber es kontrolliert das Rutschen. Du kannst ja vorne kontrollieren, wie du hin willst. Hinten ziehst du es halt gerade nach. Sila, ist alles gut? Ja, Alter. Vor allem der Steindrop ist ein bisschen. Ja, ja. Ich hatte ein bisschen mehr Schlaufe vor dem Schiss am Anfang. Den kannst du eigentlich langsam. Also besser ist, wenn du ihn langsam fährst. Weil sonst bist du zu schnell für den nächsten Abschnitt. Aber nice. Zu langsam ist er auch nicht. Der Junge fährt ohne Handschuhe. Der ist wie Joe, man. Jeden Faust geben immer. Ja, ich mache es auch ungern. Aber wenn du es wollen. Der Joe macht es auch, dann mache ich es auch. Silas, was passiert? Meine Bremsen werden gleich kalt. Was ist mit dir? Digga, mein Vorderrad ist vorab. Das ist überhaupt schiefart. Digga, du guckst irgendwie zu. Ich fährt einfach aus dem Nichts rum. Alles gut? Ja. Das hättest du dir. Ja, ihr habt nichts gesagt. Ich habe es gesehen, wie du lagst. Aber nicht wie du geflogen bist. Leider. Ja, der fährt so. Er fährt so. Er hat so ein Neo. Nur weil wir geguckt haben. Bestimmt wäre er nicht hingefahren. Ich habe ja nicht geguckt. Geht er lieber weg. Nicht, dass ich umfahre. Ja, da ist schon schwierig zu bremsen. Ey, fahr einfach weg. Aber jetzt sind wir an der Bremse kalt. Das kannst du da kriegen. Ey, das ist wie so ein Hügel. Da kannst du abziehen und weiterspringen. Ja, du musst da landen. Ey, komm, hier ist Platz. Halt dich recht. Hier. Rein, rein, rein. Hier rein. Weiter. Hier, da, Anfall. Komm. Weiter? Ja, aus. Ich geh nach dem Sender. Frag den da hinten. So wie Sender ist. Ja, ihn. Alles gut, weiter? Ja, alles gut. Aber ich glaube, ich war da lang. Wir treten so nach dem Weg. Ja, wir müssen da eh ein Stück hochpedalieren. Ja. Für den nächsten Abschnitt. Ja. Hangefrau mit der, oder? Auf die Klinik. Auf die Klinik. Oh mein's. Sehr admirale. Wie blöd ADS hier địch. Ich hab dir unter die Ecke gesperrt mit unserem Gesicht zieht. Ich hab auch ADS. Macht's schön. Ah. Ja Wie gesagt, ich seh halt nicht viel, aber es mir lieber Schlamm ins Gesicht zu kriegen. Machen wir jetzt durch, oh er hat gelernt. Gut. Wo ist er, der fährt schon da unten oder was? Hier ist Autobahn, hier ist Körgas. Ich seh hier nix. Ich auch. Ich seh grad, ich hab auch n dunkles Glas drin. Ich auch. Ich seh mit dem Glas gar nix mehr. Ja, aber dann kriegst du den ganzen Schlamm in die Fresse, hab ich halt auch keinen Bock. Das ist trocken. Ja. Ich seh mit dem Anlieger, weil ich vielleicht vielleicht kann. Ja, ich bin da draußen gegangen. Nur bis heute hier unten rumbaumeln. Ja, wir machen's gut. Ja. Er ist einfach weitergefahren, da oben schon ab dem Abschnitt. Aber hier ist voll geil gemacht, der Anlieger, was gleich kommt, der große. Das haben sie voll gut gemacht. Ja. 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 Wir bleiben nicht hüllen. Hier bremst du auch, du weißt doch, dass hier der Ausgang ist. Warum bist du einfach durchgefahren? Ich wollte es doch filmen. Hier sehe ich alles. Ich hab gesehen wie du abgehauen bist. Ich hab mich dreimal fast gemauelt. Ich hab gar nichts gesehen. Ich hab voll langsam gemacht. Ich bin voll durch. Die Gockel auch abgezogen. Das sind richtig eklige Wurzeln gewesen. Ich geh drüber. Wie heißt das Video? Wie zuvor? Ja da ist ja gar nicht drauf. Wie zuvor? Mir ist egal. Wie zuvor? Wenn du den Titel nicht so nennst. Das selber Titel ist egal. Wie zuvor? Ja er kann hinterher. Das denke ich. Wie zuvor. Danke. Komm noch vier. Danke. Komm noch vier. Das sieht nicht so aus. Das sieht ja gar nicht. Das wird man direkt merken. Ist noch einer oder? Ja? Nee der ist heim. Achso. Ich hab gedacht der kommt auch noch. Danke. Bitte. Schreib mal nicht so mal an. Danke. Danke schön. Danke schön. Alles gut. Langsam. Dankeschön.